Hallo und willkommen zur, oh, Maus verzogen, zur vierten Aufnahme des Skyfactory-Projekts mit uns vier Pappenheimer hier wieder. Sag mal Hallo. Grüß. Hallo. Gut. So, und wir wollen einmal schlafen gehen. Hey, das ist mein Bett. Geh weg. Sicher. So, und jetzt bitte, dass wir nicht durchbaggen. Oh Gott, oh Gott. Warte, warte, warte. Oh, ich wollte schon sagen. Oh mein Gott, ich fall raus. Oh nein, aah. Das ist ein rotes Lein. Wow. Was ist das denn? Das ist krass. Oh nein, 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 oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ein Zyme, ein Chuchu. Hat Blut getroppt, oder was ist das? Leih, wie geil. Ich hab ein Juwel. Gib mir dieses Juwel. Das ist von Zelda, das ist von Zelda oder nicht, ein Chuchu. Die heißen doch so. Gib mal her. Ja. Das ist der Eingesammel, der es nicht haben wollte. Tobi. Tobi. Kann gerade nicht. Er arbeitet gerade. Nein. Ja, ein Slapfern, nein, es gibt es. Gib mal her. Kann man daraus machen. Keine Ahnung. Das will ich doch gerade gucken. Ich kann mal daraus, kann ich einen Slimewoll machen. Oh, du schleimst uns gerne voll. Ah, ja. Eine Wet Potion kann man sogar machen, wie geil. Chris wird Acro. Acro-Bild jetzt. Tobi, jetzt ist ich glaube ich dich tot. Tobi. Ja. Gib her. Tu es nicht. Äh, du. Äh, wie blöd bist denn du. Geh weg da. Ich habe ja nichts getan. Den Rob. Idiot. Mein Christambel. So, jetzt kriegst du es erst recht nicht mehr. Ich habe deinen Woodenhammer. Woodenhammer? Das ist nicht meiner. Doch. Hä? Der habe ich ganz schön geworfen. Hast du ihn nicht zugeschmissen? Ja. Ja. Du bist der Nächste. Bin ja da. Ich kann mich auch auslaufen. Da hast du es. Oh man. So. Flo, ich will sieben. Ich kümmere mich da drum. Ich will wenigstens eins sieben. Hast du doch schon gesiebt. Nein. Nein. Oh, cool. Oh, das stimmt. Das weißen, ja. Ähm, mein Launcher ist gerade abgeschmiert. Also komplett abgekackt? Ja. Ja, aufgenommen. Gut. Dann bis gleich. So, und da sind wir jetzt auch wieder. Nachdem der liebe Hexer wieder da ist. Schmeiß die weg. Sie bringt Unglück. Also, ich mach das nochmal nach, was passiert ist. Nein. Ich bin einfach auf dieses wunderschöne Rezept gegangen. Und diese Liquid Force Flask ist ein Rezept, was man nicht anklicken sollte, weil sonst das Spiel crasht. So, warte mal, ich brauch dann ja auch sieben Staub. Das heißt, ich hab jetzt sogar schon genug. Ach ja, nur so zur Info, damit auch andere checken, was hier los ist. Schaut doch bitte, wenn ich jetzt Tee trinke, schaut mal in den Chat, was da passiert ist. Nein. Du, Jenny, War Slam bei... Hexer 04. Dieser Idiot da. Der hat mich einfach getötet. Hab ich gar nicht, das war auch so mal sehen. Und du wolltest mich runterstoßen. Hab ich aber nicht gemacht. Vor allem, ich, ich bin auf die andere Seite hier gehüpft. Einfach nur so aus dem Gaudi. Oh Mann. Und ich kam da nicht mehr rüber. Und er meinte, okay, ich helf dir. Und dann haut er mich. Und ich bin tot. Was läufst du auch fast tot rum? Na ja, gut, tu ich auch. Also. So, also, ähm, wie man bei mir jetzt gerade gesehen hat, wenn man Cobble mit dem hübschen Hammer bearbeitet, den der liebe Florimaster mir gemacht hat, ähm, kriegt man da erst Gravel raus, dann kriegt man Sand daraus und dann Staub. Und den Staub kann ich jetzt hier drin zu Clay verwandeln. Und wir haben nicht mal genug Barrels gehabt. Ich weiß ja nicht, wie ist Staub... Da bist du eigentlich jetzt so. Ach ja, stimmt. Jetzt hast du die ganze Wasserquellen kaputt gemacht. Ah, stimmt. Wir hätten nur eine endliche Wasserquelle machen können. Du, du, tötet ihn. Nein. Nein. Wird erledigt. Nein. Nein, hör auf. Nee, das kann hier mal passieren, vor allem mir. Ich will hier rüber. Das ist doch nicht dir passiert, das ist ihm passiert. Trotzdem. Wir müssen länger warten. Wir springen mit dem gesamten Bone Meal und mit, äh, Clay in den Tod. Ja, es ist okay, ist okay. Gönn dir. Kannst du gerne machen. Danke. Wir wissen, dass du es nicht machst. Hört auf am Ende. Drei, zwei, eins. Tschüss. So. So. So, ich habe jetzt schon mal einen Staub gesiebt. Oh. Komm, lass dich antwürken. Lass dich antwürken. Lass dich antwürken. Lass dich antwürken. Twerk, zwerk, zwerk. Jetzt muss ich gucken, ob der Mott hier drauf ist. Ja, okay. Guck mal, ich nähe aber, dass das, äh, Twerking können wir automatisieren. Ganz bestimmt. Nicht. Ist das einer durchläufend automatisch übertwerkt? Ja, auf jeden. Es ist ja egal, wir können auch einfach nachher eine automatische Farm machen. Ja. Mit Computer Craft. Beispielsweise. Oder mit Mine Factory Loaded. Apropos Computer Craft. Ich, äh, ich glaube, wir verzichten auf den Pulverizer. Einfach ein Computer, der die ganze Zeit nur nickt. Ja, gerne. Ist ja viel schneller eigentlich. Und kostet weniger. Hm. Gut, Chris, du schreibst in das Programm dahin schnell. Okay. Solltest du da hinkriegen, weil ich hab die Befehle gar nicht im Kopf. Hab die auswendig, immer. So, dafür brauchen wir ein bisschen Glas. Das heißt, wir brauchen noch mehr Kobbel. Ähm. Guck mal, hier wollte ich den Kram reinpacken. Ähm. Geht's dir nicht gut? Ähm, doch. Ah, nee, habt ihr denn eine Pause gehabt drin? Ah, jetzt wollte ich grad sagen, das ist Zeit und so. Nö, das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, hängen einfach, äh, drei Minuten rein. Das waren nur zwei, zwei, drei Minuten. Ja. So, könnt ihr bitte hier ganz vorne die Bäume weglassen? Danke. Danke. So, mit mir, ähm. Ich stell mal die Fässer um. Dass die voll regnen können, vernünftig. Ach, Mann. Im Übrigen ist es eine sehr dämliche Minimap. Ey, wieso? Find ich auch nicht. Das ist nicht mein Entity-Ratter. So. Kannst ja auch umändern zum nächsten Aufnahmen hin. Ich nicht. Na ja, gut. Was bringt mir das eigentlich so? Stimmt, kann ich ja nicht mehr machen. Dehst du. Ja. Haben wir nicht mehr für Größe an der Hau? Äh, Bild auf, Bild ab. Mit Z. Auf. Bild auf, Bild auf, Bild z. Ja, auch nicht. Ach, nee. U ist wieder okay. Ach, ist jemand hier, kurz ein Crow? Hast du eine Crow da? Ich meine, seine Crook. Crook, sorry. Ein Cock. Nein. So, ich hab jetzt, äh, 13 Fässer aufgestellt, die mit Wasser voll können. Mhm. Äh, und dann brauch ich jetzt noch ein bisschen Steine, damit der Lava herstellen können. Ne, Fackeln muss da drunter, oder? Fackeln, ja. Ja. Gut, dann erstelle ich mal ein bisschen Holzkohle. Das oder Netherrack. Aber ich bezweifle, dass du das ja schon hast. Doch. Also, genau genommen hab ich das schon. Ja, ja. So, jetzt ist nur die Frage, wo wir denn das aufbauen wollen. Oder wollen wir dafür nochmal eine komplette Plattform neue bauen? Was denn? Ja, jetzt für Computercraft mäßig den Generator und den Kram. Welchen Generator? Kabel-Generator. So. Ähm, da können wir eigentlich, mhm, ne neue Ebene machen. Ah, nicht Gang-Craften. Ja, ich hab hier oben wieder eine. Weil eigentlich könnte man doch mit Computercraft das am einfachsten automatisieren. Weiß er? Auch auf Dauer hingesehen. Warte. Bitteschön. Danke. Dann braucht man dann halt nur Beaverizer, der da Gravel draus macht. Gravel und Sand halt. Den nächsten, der macht dann aus dem Gravel Sand und ein bisschen Staub. Und der nächsten macht dann daraus Staub. Und dann haben wir von allem genug. Jo, klar. Ich hab hier oben eine Workbench mit hingenommen, deswegen kann ich mir die mal nachmachen. Dann ist mir so ein kleiner Mini-Enderman. Toll, ich bin runtergefallen. Florian, da ist irgendwo ein Loch dazwischen. Pass auf. Okay, pass auf. Ja, wollen wir das denn auf Dauer mit Computercraft machen, die Dinger? Können wir eigentlich. Ich find Computercraft sowieso cool. Ja, dann lass gleich mal die Plattform so auf und dass wir, ähm, schon mal gleich mit denen? Ne, wie viel müssen wir noch machen für die Quest? Wie viel Koppel? 100.000 Koppel in einer Sekunde? 10.000. 10.000? Ja, dann sollten eigentlich 10 Dinger erstmal reichen, oder? Oh Mann, ey. Guck mal, wie heißt das? Noch ist das von Ende, IO? Was? Äh, Jenny? Nee. Ja. Ähm. Kommst auf, wie ihr von hier hochguckt. Diese Pipinger, sag ich jetzt mal. Ich weiß grad nicht, wie die heißen. Äh, von was fahren das nochmal? Äh, die hat Doc auch immer benutzt. Und du meinst die Item-Ducts? Äh, ja, kann sein. Die sind von Terminal Expansion. Nee, die meine ich nicht. Ah, jetzt hab ich so ein blaues Viech hier. Ah, ich hab so eine Träne in blau. Ja, gut, dann lass es überkommen. Das ist Fair Notes. Ja, genau. Das ist von Extra-Gitglied. Das sind meine Zuschauer hier. Ah, die haben wir sogar. Wenn ihr ab und zu die Leute nicht hört, dann liegt es daran, dass ich grad lagge. Ähm. Äh, die kosten gar nicht so viel. Weil die produzieren nämlich recht extrem schnell, ähm... Cobble. Ja. Ja, aber wir machen einfach nur zwei Plätze für Computer-Craft. Für den Anfang. Und nachher ersetzen wir das dann durch die Transfer-Nodes. Das war eigentlich ne Idee, oder? Mhm. Gut. Die anderen beiden haben wahrscheinlich nix verstanden, oder? Ähm... Computer-Craft, bla bla, Computer-Craft. Ja, genau. Gut. Bin ich gleich mal, ja. Dann habt ihr mehr verstanden, als ich gedacht habe. Das nehme ich jetzt persönlich. Irgendwie hat's mir grad... Irgendwie hast du mich grad verletzt. Es tut mir leid. Naja, macht nichts, ich bin ja auch schon getötet, oder so. Wird nicht mehr angenommen. Okay. Lotus, wenn mir mal ein Gefallen, mach mal das Skelett da weg. Ah ja, kann ich... Das guckt mich so an, als ob es mich umbringt. Toll. Yay, ich hab'n Kopf von Skelett gedroppt. Au. Den kannst du anziehen, hier. Hä? So, habt ihr noch Zepplinge? Ja, ich hab noch 43 einstecken. Gut. Ja, damit... Ich verbessere mich, ich hab noch 45 einstecken. Weil dann sammle ich nämlich, äh... gleich den Kram zusammen. Weil wir brauchen ja erstmal genug, damit wir... nen Lava-Eimer bauen können. Mhm. Und wenn wir den Lava-Eimer haben, müssen wir dann erstmal... Es sind... 7 Steine brauchen wir dafür, oder? Für was? Turtle? Ne Turtle, ja... Normalerweise schon. Und ein Redstone, soweit ich mich hier... Ach verdammt, wir brauchen den ja auch... Die können wir gar nicht bauen, wir brauchen 3 Dias dafür. Oh. Wuh, 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 wuh. Aber kommen wir doch durch 7 oder nicht, aber es ist ein Glück. Ja, dann müssen... Naja, gut, aber wir können ja schon mal so aufbauen, dass wir die Turtle im Nachhinein, ähm... da hinstellen können. Ich frag mich, ob ich der Turtle sagen kann, sie soll rechts klicken. Äh, wofür dann? Naja, dann kann sie automatisch 7. Geht bestimmt. Na, dann lass ich mir ein bisschen was einfallen und programmieren. Ja, das Programm kannst du ja aufscreenen. Ich hab ne Kartoffel, 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 ich hab ne Kartoffel. Stimmt, wir sollten langsam mal ein Feld bauen auch. Einen Erdapfel? Wollen wir sonst einfach hier in dieser... Wer hat den Zombie, wer hat ihn angesehen? Wollen wir ansonsten einfach mal... Ach nee, Feld können wir eh noch nicht. Angesehen hab ich ihn nicht, ich wollte eine Spinne locken. Ich muss mir noch kein Wasser haben. Lass sie durch, lass sie durch, lass sie durch. Genau. Bin Auge. Äh, ich weiß nicht, wie lange jetzt auflösen, die Sache. Wie lange hast du jetzt auf dem Tacho? Ich glaub mal schon, dass es in 15 Minuten sind. Warte, sag ich dir gleich. Ja, wir sind schon 40 Minuten. Wir sind jetzt bei 16 Minuten nach irgendwas. Insgesamt glaub ich. Na warte, ich will noch mal ganz kurz hier... ...den Kram hier durchsieben. Die zwei mal Scheiße kassieren. Ah, dreimal sogar. Gut, dann würd ich jetzt einfach mal sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Ich bin tot, Idiot! Ja, wollen wir jetzt abbrechen, oder? Nein! Nein! Lass mich los, lass mich rein! Er ist tot. Ein Sack, ein Sack hat er! Was war im Sack? Gar nichts, das ist Mana. Gut, dann würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschau! Tschö, tschüss! Tschö, tschüss! Tschö, tschüss! Tschö, tschüss! Tschö, tschüss! Tschö, tschüss! Vielen Dank.